Im Schatten des Domes, im Herzen Kölns, unter den Augen von Millionen Besuchern, am originalen Standort, liegt es. Das Dionysos-Mosaik. Dieser prachtvolle Fußboden schmückte den Festsaal einer Villa im römischen Köln. Und auf den 70 Quadratmetern gibt es eine Menge zu entdecken. Der Weingott Dionysos feiert mit seinem Gefolge. Satürn und Menaden spielen Musik und tanzen ausgelassen dazu. Körbe biegen sich unter den Früchten. Und auch Tiere gehören zum festlichen Treiben. Wie dieser Pfau. Alle feiern zusammen. Man würde zu gerne wissen, was sich hier vor 2000 Jahren alles abgespielt hat. Die Figuren vom Mosaik könnten da bestimmt einiges erzählen, so als erfahrene Partygänger. Wenn man sie doch nur zum Leben erwecken könnte.